Man sollte den Jugendlichen mehr zuhören. Ihre Vorschläge auch mal anhören. Gerade zum Thema Corona in der Schule, da Schüler eben wissen, was in der Schule gut läuft und was nicht. Uns auch mal reden lassen und unsere Sicht anhören. Ich würde probieren, auch wirklich auf Vorschläge und Ideen von Jugendlichen einzugehen und mich für sie einsetzen. Außerdem würde ich probieren, auch die Schulen durch ernsthafte Mittel zu unterstützen und auf diese von selbst zu gehen. Mehr Informationen über die Politik für Kinder in Marburg. Man könnte eine Sprechstunde machen, wo die Kinder und Jugendlichen auch mal ihre Sorgen äußern können. Sie können dort aber auch ihre negativen Standpunkte gegenüber der Politik bzw. dem Verhalten der Politiker gegenüber den Schülern Ausdruck verleihen. Es sollte einfach mal bei den Schülern und jungen Menschen nachgefragt werden, wie sie diese Situation sehen und welche Regeln sie vielleicht auch als sinnvoller erachten, welche sie aber auch als schwachsinnig sehen. Diese und weitere Stimmen äußerten sich zum Thema Jugend und Politik in Marburg und haben uns im Rahmen des Stimmungsbarometers Corona und Du erreicht. Hallo zusammen, mein Name ist Kirsten Dinnebier und als zuständige Jugenddezernentin freue ich mich, dass wir uns hier hören. Zugegeben, es ist noch Luft nach oben. Politik kann, soll und muss noch genauer hinhören und zuhören. Die Beziehungen zwischen Jugend und Politik ist in Marburg ausbaufähig. Das Blitzlicht Corona und Du zeigt mir deutlich, dass ein Teil der befragten Jugendlichen sich nicht ausreichend wahrgenommen und gehört fühlt und dass sich diese jungen Menschen mehr Beteiligung und mehr Dialog mit der Politik wünschen. Und an dieser Stelle sei ganz deutlich gesagt, ja, diesen Austausch wünschen wir uns auch. Das Blitzlicht zeigt auch, dass ein Großteil der Befragten keine oder kaum Berührungspunkte zur Marburger Politik hat. Entsprechend können sie keine Aussagen darüber machen, ob die eigene Situation den Politikern und Politikerinnen in Marburg wichtig ist und ob sie mit ihren Wünschen und Belangen ausreichend berücksichtigt werden. Diese Rückmeldungen decken sich mit den Ergebnissen anderer Jugendstudien und entsprechend sehe ich hier Handlungsbedarf. Natürlich ist es mir und meinen Marburger Kolleginnen und Kollegen wichtig, junge Menschen, Kinder wie Jugendliche zu fragen, zu hören, ihre Themen ernst zu nehmen, sie einzubeziehen und zu beteiligen. Dafür ist das KIOPA, das Kinder- und Jugendparlament der Stadt Marburg, ein gutes und wichtiges Beispiel. Das KIOPA gibt es seit 1997 und es ist für die Anliegen, Wünsche und Sorgen aller Kinder und Jugendlichen in Marburg zuständig. Mit dem Antrags- und Rederecht hat das KIOPA sehr gute Instrumente, um die Interessen von Kindern und Jugendlichen der Politik näher zu bringen. Das allein ist aber keinesfalls ausreichend. Es braucht weitere Partizipationsmöglichkeiten und weitere Kommunikationsformate, um junge Menschen mit ihren Anliegen stärker in den Blickpunkt zu rücken. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, umso mehr. Über die Frage, stell dir vor, du wärst ein Marburger Politiker bzw. eine Marburger Politikerin, »Wie könntest du junge Menschen in Marburg unterstützen?« erreichten uns viele Antworten zu ganz unterschiedlichen Themen. Hierbei spielt das Thema Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Mehr Treffpunkte für Jugendliche bauen, an denen man verschiedene Aktivitäten ausführen kann. Riesige Jugendzentren bauen. Billard, Dart, Cafeteria. Mehr öffentliche Räume zum Aufhalten in der Stadt schaffen. Angebote für U18 zum Feiern. Die beim blitzlich Corona und du befragten Jugendlichen wünschen sich grundsätzlich mehr Treffpunkte und Orte in der Stadt, welche die Gelegenheit bieten, die Freizeit aktiv gemeinsam zu verbringen. Auch mehr Jugendveranstaltungen und Möglichkeiten zum legalen Feiern, z.B. in Form von U18-Partys, werden angeregt. Ich weiß, wie eingeschränkt viele von euch gerade den Alltag und damit auch die Freizeit verbringen. Eure Wünsche kann ich vor diesem Hintergrund umso besser verstehen. Ein großer Teil der Befragten nennt außerdem Aspekte rund um den Ausbau der Digitalisierung im Bereich der Marburger Schulen. Dabei reichen die Anliegen von einer besseren technischen Ausstattung für die Schulen sowie für die Schüler und Schülerinnen über die Verbesserung der jeweiligen an den Schulen eingesetzten Cloud- und App-Programme bis hin zu mehr Fortbildungen für die Lehrkräfte. Ich nehme dieses Anliegen sehr ernst und bin mir der Verantwortung Marburgs als Schulträger durchaus bewusst. Hier arbeiten wir gemeinsam mit Schulen und auch mit den Schülerinnen und Schülern an Lösungen. Besonders dankbar bin ich für die offenen Rückmeldungen, die deutlich machen, wie schwer die aktuelle Situation für einige von euch ist und was es aus Sicht von Jugendlichen dagegen braucht. In Zeiten von Corona brauchen Jugendliche Hilfe, sich zu organisieren, Ideen und Ansätze, was man tun kann. Ich habe von vielen unterschiedlichen Quellen mitbekommen, dass viele Jugendliche zu Hause eingehen. Dazu möchte ich anmerken, dass es in Marburg bereits heute schon eine Reihe von Beratungs- und Unterstützungs- und Hilfsangeboten gibt, über die wir gerne weiter informieren. Eine entsprechende Auflistung dazu findet ihr zum Beispiel auf der Seite der Jugendförderung unter www.hausterjugend-marburg.de Durch das gesamte Blitzlicht Corona und Du zieht sich für mich ein roter Faden. Ich höre euren Wunsch, einfach jung sein zu dürfen und das, was Jugend ausmacht, leben zu können. Als Universitätsstadt Marburg ist es uns wichtig, euch diese Möglichkeiten zu geben. Denn ich möchte es noch einmal deutlich sagen. Eure Sorgen, eure Wünsche und eure Anliegen sind mir und uns wichtig. Ich danke euch für die vielen ehrlichen Antworten und die zahlreichen Anregungen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.